Ruhetag beim Norway Jazz Turnier in Stavanger in Norwegen und das ist eine gute Gelegenheit für uns mal gemeinsam auf das Dubai Open zu schauen. Das ist inzwischen beendet und wer es gewonnen hat und die ersten Plätze, das zeige ich euch am Ende des Videos, die Tabelle, zumindest die oberen Plätze. Und wir gucken aber noch auf eine tolle Partie aus Runde 8 zwischen dem chinesischen Supergroßmeister Yu Yang Yi und dem indischen, ja soll ich Wunderkind sagen, Superstar Arjun Eriga Isi. Also zwei Elo Schwergewichte und da kann man einiges erwarten. Und ja, die Partie gab es auch her. Ich wünsche euch viel Spaß. Hallo liebe Schachfreunde, willkommen zurück bei Chessalize Gunnys YouTube Kanal. Ja, ihr seht, die Sonne scheint hier rein und da und ne, wo, wo, ich muss ja, ich muss Kamera, so rum. Und ich hoffe, das stört euch nicht, aber ich genieße ein bisschen die wärmenden Sonnenstrahlen hier. Aber wir gucken Schach, klar. Wir gucken, wie gesagt, Yu Yang Yi gegen Arjun Eriga Isi und diese zwei Spieler, die sind Weltklasse. Ja, das kann man echt so sagen, Weltklasse. Und warum habe ich die Partie ausgewählt? Warum ausgerechnet die? Ich habe so ein bisschen geguckt, was kann man am Ruhetag vom Norway Chess machen? Und die ist mir aufgefallen aufgrund der Eröffnung. Das ist wirklich, da will ich euch vielleicht sogar mal inspirieren, vielleicht eine Lanze brechen für die Eröffnung. Das ist eine super spannende Variante. Wir gucken uns das mal an und wenn es euch gefällt, ihr wisst, dann lasst ein Abo da und drückt die Glocke, vor allem so verpasst ihr gar nichts und unterstützt mich gerne auch mit einer Spende via Paypal. So wie der Siegfried das getan hat. Herzlichen Dank, lieber Siegfried. Ich habe mich sehr darüber gefreut. Du bist hier oben selbstverständlich verewigt. Also, jetzt gucken wir Schach und die Partie wird eröffnet. Ich habe ja gerade von der Eröffnung so, keine Ahnung, ich war nicht begeistert, aber sehr interessant. Wir sehen D4, D5, C4, okay, also ein Damen-Gambit abgelehnter Art. Und ja, jetzt entwickeln beide Seiten ihre Figuren, Springer F3, Springer F6. Und hier kann man natürlich, also hier kann man ganz normal weitermachen mit Springer C3, man kann auch Läufer G5 spielen, das kennt ihr alle wahrscheinlich, ja. Aber hier auch G3, ein sehr oft gespielter Zug, sehr, sehr, wie soll ich sagen, sehr in Mode das Ganze. D schlägt C4 hier. Und jetzt kann man Läufer G2 spielen. Ich möchte euch das nur mal sagen. Läufer G2 leidet in einen offenen Katalanen über katalanische Eröffnung. Und das ist tatsächlich nicht so, wenn Weiß dieses Fianchetto zurückstellt, ja. Weiß kann auch dem Katalanen, oder was heißt aus dem Weg gehen, aber Weiß kann sich anders entschließen. Er kann nämlich hier erstmal Dame A4 Schach spielen. Jetzt bleiben wir im abgelehnten Damen-Gambit und jetzt gibt es eben keinen Katalanen, schon gar nicht offen. Also Springer BD7, ja, klar, das Schach wird unterbrochen und Weiß holt sich den geopferten Bauern zurück. Okay, also nichts katalanisch, angenommenes Damen-Gambit, wahrscheinlich kennt ihr auch diese Stellung noch, ja. Also durch eure eigenen Partien vermutlich sowieso. Und Schwarz spielt erstmal das sinnvolle A6, ja, dieses Feld hier zu kontrollieren, B5 vorzubereiten, ist immer wichtig. Jetzt kommt Läufer G2. Wie gesagt, jetzt ist es nicht mehr eine katalanische Struktur, jetzt ist es klassisches, abgelehntes Damen-Gambit und jetzt kommt der Vorstoß B5. Das ist üblich, das ist normal, der Läufer will nach B7 und ich habe ja von dieser interessanten Eröffnung gesprochen. Wie gesagt, diese Stellung, ja, die kommt es häufiger vor, die kennt ihr vielleicht oder zumindest so ähnliche Motive. Die Dame ist angegriffen, die zieht nach B3, der Läufer geht nach B7. Das ist jetzt alles nicht besonders aufregend, aber hier an der Stelle, da habe ich mal in der Datenbank geschaut, liebe Schachfans, und die meisten Spieler, also die meistgespielten Partien wurden hier mit A4 fortgesetzt. Interessanterweise, also das ist irgendwo auch verständlicher, wie die Kette anhebeln, hier dieses Konstrukt A6, B5, aber interessanterweise ist der Zug nicht gut, ja, also zum Beispiel auch, der Computer mag den Zug gar nicht, er will hier einfach wegrochieren, ja, die Engine und nach C5, ja, will er dann Springer C3 spielen und so weiter. Aber dieses sofortige A4 ist nicht so glücklich. Warum? Naja, Schwarz kann das ignorieren, er kann einfach C5 spielen und das ist sehr, sehr, sehr raumgreifend und stark. Schwarz steht hier schon besser. Wir haben neunzügig gespielt und Schwarz hat es geschafft, besser zu stehen. Das gegen so einen super starken Großmeister, Supergroßmeister mit 27,29, ja. Natürlich ist hier nichts entschieden, das ist klar, aber die Eröffnung ging auf jeden Fall pro Schwarz aus, das kann man jetzt schon mal sagen, ja, also Yu-Yang Ni nimmt hier auf B5 raus und jetzt auch trickreich, liebe Fans, trickreich, C4 einstreuen, das ist ein sehr guter Zug und ihr werdet euch fragen, hä, wieso kann man den nicht nehmen? Ja, das seht ihr alle, ne, dann kommt Turm C8 und dann Gugug und Feierabend, ne, weil der C1 ungedeckt ist. Das geht natürlich nicht. Also, man kann nicht nehmen, also muss die Dame ziehen, weil sie angegriffen ist. Ja, und sie zieht sich erstmal ganz brav nach D1 zurück, geht ins stille Kämmerlein und fragt sich, was ist hier denn eigentlich passiert, ja. Schwarz nimmt einfach auf B5 und jetzt guckt euch das mal an. Das hat mich fasziniert. Nach nur 11 Zügen steht Schwarz mit diesem tollen Bauern-Duo da. Also, ist das nicht, ähm, ne, wie soll ich sagen, eine Empfehlung für euch, so zu spielen gegen Dame A4? Toll. Also, okay, Weiß tauscht erstmal raus hier, Dame nimmt A8, ja, und endlich Rochade von Weiß. Und Erika Isi fackelt da gar nicht lange, ja. Er spielt hier erstmal das starke Dame A1 und tut nichts anderes, schlicht und ergreifend, als mal diesen Springer anzufragen und zu befragen, besser gesagt. Und der muss sich überlegen, wo gehe ich denn hin? Nach A3, nach C3, nach D2? Da muss man schon mal hinschauen. Wie gesagt, Schwarz steht besser, aber natürlich ist es nicht gewonnen. Aber angenehm zu spielen, angenehm zu spielen. Also, ich habe mal geprüft, also Springer A3 bester Zug, ungefähr gleichwertig Springer C3. Und, ähm, ja, nach Läufer A3, Entschuldigung, nach Springer A3 wird Schwarz hier mit diesem Springer entfernen, natürlich. Klar, ja, weil wir wollen nicht diesen Druck hier auf B5 ertragen müssen. Nach Springer C3 kann ich euch sagen, deckt Schwarz einfach den Bauern mit Dame A6. Also, wir wollen nicht zu tief gehen, weil in der Partie kam nämlich Springer BD2, nee, Entschuldigung, Entschuldigung, nicht Springer BD2, sondern Springer FD2 und deckt diesen Springer hier auf B1. Okay, das bedeutet, der Läufer ist angegriffen hier, wie ihr seht, also tauschen wir den mal raus. Läufer schlägt G2, König schlägt G2 und jetzt Läufer B4. Und jetzt mal ganz ehrlich, ne, was wollt ihr mehr? So muss man Schach spielen. Präzise Züge machen, ähm, äh, schlaue Züge machen und gut stehen. Ja, auch mit Schwarz ist das möglich. Und das ist, äh, das ist, wie gesagt, das ist eine, so eine kleine, ja, nicht Reminiszenz, aber so eine kleine, äh, ein kleines Plädoyer für das, für das Damengambit aus der Sicht von Schwarz hier. Naja, gut, okay, wir wollen es jetzt nicht übertreiben, noch ist nicht viel passiert. Dame C2, äh, jetzt rochiert auch Schwarz den König in Sicherheit. Jetzt kommt Springer C3 und die Dame zieht sich erstmal nach A6 zurück und deckt diesen Bauern auch B5. Okay. Springer wieder nach F3 und die Dame geht nach B7 und fesselt erstmal diesen Springer. Warum nicht, ja? Läufer G5 hier, okay, Entwicklung, endlich dann doch mal im 19. Zug, ähm, entwickelt Weiß den, den Läufer auf C1. Und jetzt Turm A8. Das ist alles so logisch. Ja, es ist so logisch. Soll ich das mal in, als Titel, ähm, äh, dieses Videos nehmen? So logisch? Oder zoologisch? Ne, zoologisch. Ähm, und übrigens kann ich euch noch sagen, ich hab heute einen Tee. Ähm, ja. Ich nehm mal einen Schluck Tee, obwohl es hier jetzt noch nicht so viel zu rechnen gibt. Hm? Okay. Liebe Leute, was ist hier los? Also Turm A2 geht nicht. Äh, was, was will der Turm auf der Ali in? Turm A2 droht nicht. Aber wir decken trotzdem mal, wir bringen mal den anderen Turm hier ins Spiel, spielen Turm B1, decken den Bauern. Und, ähm, man muss halt, man muss halt schauen, dass der Turm nicht irgendwann doch eindringt, wenn dieser Springer hier auf C3 entfernt ist oder zieht. Also, der Läufer zieht sich erst mal nach F8 zurück. Ein sehr, sehr guter Zug, denn Schwarz hat dieses Bauern-Duo und möchte Druck machen. Push him, Baby, ne? Und das will weiß natürlich nicht zulassen. Deswegen kam auch dieser Turm B1-Zug, weil jetzt kann man B3 spielen und sagen, okay, aus 2 mach 1, du wirst hier tauschen müssen. Turm schlägt B3 und B4, ja. Und am Ende ist das materieller Gleichstand jetzt, ja, aber Schwarz hat diesen entfernten Freibauern. Und der ist immer zu beachten. Ähm, es ist so, dass Weiß hier jetzt noch einmal eine Leichtfigurenpaar abtauscht. Läufer schlägt F6, Springer schlägt F6 und jetzt muss sich der Springer retten. Der hängt zwar noch nicht direkt, aber er wird gleich hängen. Also, der muss so oder so ziehen. Noch hängt er nicht, wegen der Dame, ne? Aber der muss so oder so gleich ziehen. Deswegen geht er erst mal nach B1 zurück und möchte sich umgruppieren. Eventuell hierhin, hierhin, wo auch immer. Aber Schwarz spielt Turm C8, greift die Dame an und die muss ziehen. Da haben wir die drei. Und das ist jetzt auch wieder so ein, ich nehme mal einen Schluck Tee-Moment. Wir wissen, Schwarz steht gut. Ja, klar. Aber die Umsetzung ist wie immer nicht so einfach. Die Umsetzung ist schwierig. Was sind die richtigen Züge? Es ist ja immerhin nicht so, dass Schwarz jetzt materiellen Vorteil hat. Ja, und wie setzt man also fort? Ich nehme mal einen Schluck Tee, nochmal einmal in diesem Video. Und ihr haltet mal an das Video vielleicht und überlegt euch, was würdet ihr hier aus der Sicht von Schwarz für ein Zug machen? Was ist hier der beste Zug auf dem Brett? Ich weiß nicht, ob ihr es gefunden hättet, habt oder werdet. Fakt ist, dass das eben diese Meisterspieler von uns unterscheidet. Die finden halt solche Züge. Und Riga Easy spielt. G5, was ist das denn? Also jetzt mal ganz ehrlich, schreibt mir mal in die Kommentare, wenn ihr diesen Zug berechnet, gesehen und kalkuliert habt. Also mal ganz ehrlich, G5, was ist denn das für ein Zug? Kann man den nicht nehmen? Nein, man kann ihn nicht nehmen. Wie gesagt, der Springer ist noch gefesselt. Also H3, um das G4 zu verhindern. Das drohte ja schon Figurengewinn hier. Aber jetzt H5. Das heißt, plötzlich ist Action am Königsflügel. Und weiß, die Koordination der weißen Piloten ist nicht optimal. Und weiß muss sich immer um diesen Freibauern kümmern und den beachten. Weiß spielt D5. Unterbricht hier diese Fesselung und sagt, okay, ich opfer einen Bauern. Aber wenn du hier nimmst Dame F5, dann habe ich plötzlich hier Gegenangriffschancen am Königsflügel. Was tun? Nein, nein, richtig spielt Erika Easy. Er spielt erstmal G4. Haschlick G4, Haschlick G4. Und jetzt muss der Springer ziehen. Wo zieht er hin? Na ja, also Computer findet auch nichts Besonderes. Ja, Springer E5, Springer H2, alles ungefähr gleichwertig. In der Partie kam Springer E5. Und hier hat Schwarz quasi einen Gewinnzug auf der Pfanne, den Erika Easy aber nicht gesehen hat. Der hat ja genug Zeit. Ja, es sind noch 48 Minuten hat er noch. Aber wir müssen überlegen, Weiß nur noch 10 Minuten hier in der Stellung, weil es eben eine wahnsinnig schwierige Position ist für Weiß. Und der beste Zug, Turm C5. Ja, das ist brutal stark. Und ja, ich kann euch mal kurz zeigen. Turm C5. Jetzt hängt hier alles auf der fünften Reihe. Das heißt, Weiß muss wahrscheinlich E4 spielen. Aber jetzt nehmen wir einfach mit dem Bauern auf D5. Und ihr seht, man kann nicht wirklich wieder nehmen. Alles hängt. Und diese brutale Diagonale, es wirkt ja auch noch weiter. Also, hier empfiehlen die Engines damit E4, aber sagen am Ende, ja, Turm B5 und jetzt löst mal diesen Knoten auf. Finde mal, löst mal das Problem. Und das kann man gar nicht wirklich lösen. Also, es gibt hier noch Tricks, wie zum Beispiel Springer G6. Ja, und ihr seht schon, wenn man hier nimmt, dann hängt der F6. Aber Schwarz hat einen schönen Zwischenzug, nämlich D schlägt E4. Und wenn ihr jetzt hier den Springer fresst, das sieht gefährlich aus, ja, dann spielen wir einfach E3 Schach. Wieder ist diese Diagonale wichtig. Was macht der König? Ach, du lieber Gott. Also, der kann ja gar nirgendwo wirklich hin. Also, keine Ahnung, nach H2 oder was, ne? Turm H5. Ach, du lieber Gott. Und jetzt guckt euch diese brutalen Schwerfiguren an, die hier eindringen und so weiter. Also, hier muss man schon Springer H4 spielen, sonst geht gar nichts. E schlägt F2. So, Gewinnstellung für Schwarz, auch damit schlägt F2, nützt nichts mehr. Guckt euch mal an, dieser Druck auf die weiße Stellung ist nicht auszuhalten. Und dieser traurige Geselle steht immer noch auf B1. Also, ihr seht, eine überragende Stellung nach Turm C5. Aber, Erika Isi hat Springer schlägt D5 gespielt. Das ist jetzt auch nicht dramatisch schlecht, das kann man nicht sagen. Es ist eben nicht so gut wie Turm C5, ne? Es ist eine Ungenauigkeit, so würde ich es mal betitulieren. Weil jetzt kann Weiß E4 mit Tempo spielen. Der Springer ist angegriffen, muss wieder zurück nach F6. Und jetzt kann endlich hier dieser schwache Springer auf B1 wieder ins Spiel zurück mit Springer nach D2. Und auch hier wieder Turm C5, bester Zug. Erika Isi hat Turm C1 gespielt. Und plötzlich, das ist wieder eine Ungenauigkeit. Also zwei Ungenauigkeiten mit genug Zeit auf der Uhr. Und das ist jetzt wieder, jetzt nähert sich die Stellung fast im Ausgleich wieder. Ihr seht, wenn man nicht präzise spielt, wenn man nicht präzise spielt, kann das kippen. In die eine oder andere Richtung. Und ja, Turm C1 nicht so gut. Warum? Weil es könnte einfach Dame nach E2 stellen. Und wie geht es dann weiter? Es ist nicht so einfach. Die schwarze Königstellung ist ja auch offen. Also, Dame E2 guter Zug, aber Yu Yang Ye hat Dame E3 gespielt. Das verstehe ich auch. Hier sind Schachs zu sehen. Ja, also jetzt kommt dann endlich Turm C5. Ja, und also Turm C5 funktioniert deswegen. Warum kann die weiße Dame hier nicht nehmen? Na, wegen Läufer schlägt C5. Ich wollte es euch nur noch mal sagen. Vergesst diesen Läufer auf F8 nicht. Der parkt nämlich da und bewacht C5 und macht einen guten Job. Ja, okay. Also, Turm C5 greift den Springer an und der geht erstmal nach D3 zurück. Greift den Turm an, aber der Turm geht einfach nach B5. Also quasi dieses Motiv, diese Variante von vorher etwas zeitversetzt. Aber jetzt ist Weiß ein bisschen besser koordiniert als in der Variante vorher. Und deswegen ist die Stellung immer noch schwierig für Weiß, aber zu verteidigen. König G1 endlich mal aus dieser Diagonale raus. Das ist ja nervig. Dame B6. Und natürlich sagt Erika Isi, tauschen wir doch mal die Damen. Ich habe ein besseres Endspiel. Wieder ist dieser Bauer hier ein Problembauer. Nicht Problembär, Problembauer. Yu-Yang Yi weicht diesem Tausch aus. Und jetzt kommt Dame D4. Zentralisiert die Dame stark. E5. Auch verständlich. Und der Springer hängt also nach D7, greift diesen Bauern an. Der ist jetzt dreimal angegriffen. Und deswegen kann Weiß den gar nicht mehr decken, aber Weiß kann Springer E4 spielen. Es ist immer noch so ein bisschen die Hoffnung, ja, jetzt hängt der G4, der ist jetzt nicht mehr verteidigt, weil die Deckung unterbrochen ist. Springer F6 vielleicht, Motiv und so. Also vorsichtig, aber Erika Isi, eiskalt im Stile eines Weltklassemanns, knallt hier auf E5 raus. Springer schlägt E5, Dame schlägt E5 und jetzt hängt dann doch der G4. Huch, hat Schwarz was falsch gemacht? Ich kann euch sagen, nein, alles im Griff. Wir haben dieses Endspiel erreicht und Schwarz hat einen Mehrbauern. Kann man das gewinnen? Ich komme jetzt zum wiederholten Male drauf zurück. Das ist dieser B4. Aus der Eröffnung raus, dieser nervige Freibauer, um den sich Weiß immer kümmern muss. Wenn der nicht da war, wäre die Stellung sicherlich Remi, aber er ist nun mal da. Also Dame F3, Turm B8. Jetzt wird umgruppiert, jetzt wird die Koordination der Figuren verbessert. König G2, F5, 4, greift den Springer an und er hüpft nach G5. Springer D2, besser gewesen, aber lassen wir es mal. Springer G5. Dame D5, erneut mit dem Angebot tauschen wir und ihr stellt fest, Weiß kann diesen Tausch gar nicht mehr aus dem Weg gehen, weil eben die Dame auf der Diagonale mit dem König steht. Also spielt Weiß König F1, erstmal den König dann gleich mal ins Endspiel ranbringen. Schwarz tauscht ab, Weiß nimmt zurück und Läufer C3. Turm und Springer gegen Turm und Läufer mit diesen Mehrbauern auf B4. Das sieht doch gut aus. Natürlich ist das eine Frage der Technik. Das ist eine Frage der Technik. Diese Stellung ist, also kann nur einer gewinnen. Also Schwarz hat einen Remis sicher, so weit kann man gehen. Aber auch nur Schwarz ist in der Lage, hier auf Sieg zu spielen. Springer G5 greift den Bauern an, aber der geht einfach nach vorne. Push him, Baby. Das ist fast immer richtig, Leute. Denkt doch bitte an Push him, Baby. G4, um die Koordination dieser Bauern zu zerstören, dass die nicht mehr verbunden sind, guter Zug. Aber Schwarz nimmt einfach und sagt, okay, jetzt habe ich ja zwei Bauern mehr. Jetzt wird der Sieg für mich noch einfacher. Obwohl Schwarz jetzt drei Bauerninseln, wie man das nennt, hat. Schwarz muss sich also um drei Bauern kümmern, nicht nur um zwei. Und hat keine verbundenen Freibauern. Technische Frage. Läufer D4, König E2, der König läuft ran. Der Schwarze natürlich auch. König D3, König E6, ganz klassisch. König C4, aber jetzt einfach Turm C8. Und das ist wieder trickreich. Das ist wieder trickreich. Warum? Er weiß nicht einfach den Bauern nehmen. Nein, kann er nicht. Schaut mal, wenn man den Bauern nimmt, spiele ich sofort Turm B8. Der König muss ziehen, irgendwo hin. Und jetzt tausche ich den Turm raus. Und dieses Endspiel hier ist klar gewonnen. Der weiße König ist viel zu weit weg. Und der schwarze König dringt hier ein. Der Springer muss ziehen. Dann fällt der F2 und so weiter. Keine Chance mehr. Deswegen kann man hier nicht nehmen. Also muss der König brav zurück. Und jetzt spielt Schwarz wieder Läufer C3 und sagt, ja, wir tauschen alles ab, wenn du möchtest. Weil ich habe 2 gegen 1 hier. König ist aktiv. Wunderbar. Also Turm B1. Traurig, aber notwendig. Turm D8 Schach. König muss nach E3. Läufer D4 Schach. Das ist so, es fühlt sich flüssig an wie Wasser. Ja, also das ist, besser kann man kaum spielen, finde ich, ja. König muss ziehen. Turm B geht wieder nach B8. Wir müssen ja den Bauern decken. Kein Problem. Turm geht nach B3. Und jetzt kann man ja die Hoffnung haben, das hatten wir doch schon mal. Aber ich sage es ja, der schwarze König, super aktiv, zentralisiert. Der arme Springer muss zurück nach D2. Turm F8 jetzt hier. Der ist angegriffen. Ach du lieber Gott. Den kann man noch mit F3, wie soll ich, verteidigen oder beziehungsweise abtauschen lassen. Nein, sagt Schwarz-Push im Baby G3. König F1 und nach Läufer C3 hatte dann Julian Yi keine Lust mehr. Und hat die Partie aufgegeben, weil ihr seht, drei Bauern gegen einen Bauern. Und jetzt der Springer wird geschlagen und so weiter. Also hier ist nichts mehr. Er kam völlig kaputt. Eine fantastisch gute Partie, oder? Von Arjen Erika Isi gegen so einen starken Spieler. Hat das jetzt für den Turniersieg gereicht? Wir gucken mal rein, liebe Leute. Ich zeige euch mal die Abschlusstabelle nach neun gespielten Runden. Es gewinnt nicht Erika Isi, aber punktgleich. Ihr seht das hier mit dem Turniersieger Ara Wind Shitam Baram oder so ähnlich. Der hat hier das Turnier gewonnen nach Wertung. Wahnsinn. Vor Yavukir Sindarov, der sagt mir dann schon was. Der usbekische starke Spieler Erika Isi, punktgleich auf der 3. Sie hat auch noch ein paar Dollars mitgenommen wahrscheinlich. Yu Yang Yi mit der Niederlage auf 5 zurückgefallen. Bittere Niederlage. Und so weiter und so weiter. Wenn ihr euch fragt, wo ist denn Hans Muki Niemann? Der hat zweimal verloren in Runde 7 und 8 und ist dann zurückgetreten vom Turnier. Den Grund kenne ich nicht. Auf jeden Fall ist er in Runde 9 nicht mehr angetreten. Also hier seht ihr das Ergebnis. Ihr könnt das gerne auf Chess Results natürlich auch nochmal einsehen. Das soll es gewesen sein. Morgen geht es weiter bei Norwege Chess, liebe Schachfreunde. Und wir haben noch die dramatische Spitzenpaarung Karuana gegen Nakamura. Die haben hier noch nicht gegeneinander gespielt und führen beide das Feld an. Das wird spannend. Ich halte euch auf dem Laufenden. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Und wenn ja, lasst ein Abo da, drückt die Glocke, so verpasst ihr gar nichts mehr. Oder unterstützt mich auch gerne mit einer Spende via PayPal für meinen Kanal. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Schönen Tag noch. Tschüss. 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 Tschüss.